Hallo zusammen, ich bin der Nikola, bin im ersten Lehrjahr als Informatiker Richtung Systemtechnik für Firma Stempfli. Die Lehre als Informatiker geht vier Jahre. Wir gehen zwei Tage pro Woche in die Gewerbsschule. In unserer Fachrichtung arbeitet man viel mit Server, Datensicherung, Hardwareumbau, Softwareinstallation oder Netzwerkverkabelung von neuen Arbeitsplätzen. Um das nötige Fachwissen zu bekommen, bin ich in den ersten zwei Jahren auch noch im Support tätig. Im Support geht es darum, dass man Mitarbeiter hilft, ein Problem zu lösen, sodass sie möglichst schnell störungsfrei weiterarbeiten können. Die Lehre als Informatiker ist sehr abwechslungsreich. Kein Tag ist wieder anderer und es kommen täglich neue Herausforderungen auf einem zu. Wenn man eine Lehre als Informatiker machen möchte, sollte man ein technisches Verständnis haben und gut in Mathematik und Englisch sein. Ich habe die Lehre als Informatiker angefangen, weil dieser Beruf sehr zukunftsorientiert ist und es gibt viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Es ist sehr interessant, die verschiedenen Möglichkeiten der Technik zu sehen und zu verstehen. Zum Teil sind die Probleme zum Lösen wie ein Rätsel. Es kann sehr schnell gehen, um die Lösung zu finden, aber es kann manchmal auch ziemlich lange dauern. Die Firma Stempli bietet eine sehr gute Ausbildung. Je nach Aufgabe arbeitet man selbstständig oder im Team. Ich mache die Lehre hier, weil man selber auch Verantwortung übernimmt und man ein wichtiger Teil des ganzen Teams ist. Schwercer disturbing mit einem neuen Tipp für den Tisch. Untertitelung des ZDF, 2020